Das könnte geil werden. Alter, was sein sind erschienen, ne? Was, jetzt schon? Lass mal abcampieren. Heißen? Es wird spät, du brauchst den Pod, ne? Wieso bist du nicht spät jetzt? Weiß nicht. Zejus, ja, hau ab, bringt eh nix. Na, aber nicht hier, ist er im Jungle, wo soll die sonst sein? Not der Lane. Fängt doch hier an. AP Carry bot. Versteh ich jetzt nicht. Klar verstehst du das. Das versteh ich nicht. Alter, die Sandra wird die ganze Zeit pushen wie so ne dreckige Note, ne? Einfach jetzt schon hassen werde. Aber Kamer ist gut im Early, oder? Kamer ist richtig gut im Early. Eigentlich müsste ich die rasieren gegen Strich. Ja. Aber weil ich bad bin, dann wahrscheinlich wieder ähnlich sein. Das ist eine Drecksnote. Die hat sich ernsthaft, hat das jetzt überlebt, oder? Ja. Der HP geht jetzt hier richtig... Machst du die grad voll fertig, Digga? Boah. Ja, die hat mit 1 HP überlebt, Alter. Kleine Nutte, Amanas. Sick Kerem. Kriegt jetzt Autotext in ihr Gesicht. Ihre Mutter letzte Nacht. Ich bin Base. Guck dir egal. Ne, da kommt jetzt nicht der Jungler, oder? Das ist jetzt Anzeige. Tja. Hast du geflasht? Ne, ich bin da rausgeflogen. Digga, hättest du noch nicht flashen müssen, Mann? Ja, natürlich. WTF? Ach, jetzt nochmal... Backboarden, so. So wie du, zum Beispiel? Nächstes Mal schreibe ich einfach, wenn du gegangen bist, DC. Don't kill. Machen sie bestimmt auch. Weil... Weil die League of Legends Community so... äh... sozial ist. Ey, mein Q macht ja gar kein Damage. Quarz. Kann man Botlane kommen? Nach das Gamp? Ja, der Gegner-Jungler war auch schon da. Lucky, Jungler wieder wie in so, Lucky. Richtig. Entweder gegankt werden, oder du wirst gegankt. Ja, das ist ein Lucky. Kannst du dir deinen Schlag rauspushen? Ne, lass dich. So, wahrscheinlich nicht, oder? Ne, kann ich nicht, oder? Man, der Q macht ja gar kein Damage von Karma am Anfang. Heizen, Alter. Du deine Plays, ne? Holy Shit. Ne, aber soll ich ihn machen, wenn ich den nicht ankomme? Heizen, jumpst du zurück, dachte so, ne. Wenn er jetzt wegflasht, dann... Alter, ich musste, ich musste zurückjumpen. Weißt du, wie viel Damage du gemacht hast am Start? Ne, wie viel, sag mal. Na, der... Alter, der hat mir eben wohl engaged ist. Ne, hat er nicht, oder? Einfach heute wird Spiegel gezogen. Jetzt reicht's. Ist so. Ja, wenn der diese Wut hat, dann schon, ne? Ja, tut richtig viel, Mann. Da ist der Böse und rastet erst mal aus. Alter, die ist erst mal Double Dorans gegangen. Ich glaube, ich werde später schon useless sein, oder? Ne, ne. Dachte ich mir, aber ich gehe Fiends. Kann schon. Ist halt wirklich so, ne? Ja, was soll ich machen? Morello gehen. Ja, Morello ist das nicht so cool. Du brauchst wirklich keine Zins mit Karma. Nicht, aber die haben zwei AP. Na, ich glaube trotzdem. Lohnt sich nicht. Du carryst doch eh wie letztes Game. Jo. Ich komme von hinten, ja? Ich komme von hinten Bot-Lane. Deine Mutter gestern auch gesehen. Oh, da ist der Counter-Gang-Boys. Nichts. Gut gemacht. Gut gemacht, 10. Nice. Ja, ich habe halt schon gedacht, dass der Peter so stolz und irgendwann mal in den Busch reincuht oder reinzweept. Warum soll ich da reingehen, Ammonakon? Ja, guck mal, die 10 war da, Digga. Bin ich so ein Buschkind wie du? Bin ich dafür, wenn die da drin stehen, geh du doch in den Busch. Ich sehe das jetzt nicht einen 10, ne? Dass du mich dafür blamest. Keine Ahnung, ich habe schon gar keinen Bock mehr. Mit Peter kann man nicht spielen. Soll ich dir ein Taschtuch holen? Nee, das war ja gleich antworten. Achso, also soll ich jetzt auch 06 gehen? Oh, Alter. Mein Damage-Shot rein. Hätte ich hätte ihn slowen sollen mit dem Item. Nimm einfach deinen Fiat und verpiss dich. Nee, der steht in der Garage. Top, 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 top. Oh, fuck, ich... Ja, ich kann nicht, ich wächst meinen Bitch. Go, go, go. Mann, was macht ihr da wieder, ihr dicken Kinder? Was dachte ich mir? Ah, easy, snipe, 420, blaze it. Boah, 10 von 10, 10 netter. Ein Säckeflasht, du Ese. Ja, sag ich ja. Ja. Ach, die Arme nachgeholen. Ich glaub, die hat ein bisschen... Arme nachgeholen. Nee, ich hab gesoffen, halt im Überset. Alter, ist die Werde, die Level 6 hätte die mir gegeben. Also richtig schön anal. Du, ich zehnten gestern. Zehnten? Ja. Ich bin Rap Boys, oder? Oh, ich geb ihr, nein! Alter, ich bin so gut, ne? Holy shit. Da kommt erstmal das Ese in den Chat. So, jetzt bin ich besser. Justin, ich bin hier. Wenn E ist hier, du kannst kommen. Jo, wahrscheinlich, oder? Ich bin ziemlich weit weg, aber... Ich komme, ja. Nevermind. Wir müssen das jetzt gewinnen, wenn ich schon Ees schreibe, ne? Also, Fiends ist schon fast da. Noch 500 Gold. Noch nicht schon, ne? Man, 10. Oben, oben, oben. Boah, nee, ich bin aber... Ich bin Ripped dann, glaub ich. Nee, du Arsch, Fickerin! Okay. Wurde es voraus versehen, sorry. Okay, lass mal, lass mal, lass mal. Der Zehnten, du bist da drin, oder? Jo. Das ist der Zehnten. Heisenberg. Erst, erst baitet er mich hart. Ja. Und dann sagt er, nee, lass mal, wo ich da hier nicht mehr rauskomme. Hey, du kannst einfach unten rauslaufen, was bist denn du für ein Mongo, Alter? What the fuck? Nee, ehrlich, ey. Bist du drin, bin ich drin, nee, geh raus. Über deiner Mama. Das ist Maul hier, ey. Zehnten Video empfehlen? Nee, ich werd nur so krass gebaitet. Erst botlaiden. So, seh ich auch so. Kein Zwick im Busch. Ja gut. Geh drauf, Jo, geh raus. Ja gut. Alter. Ist ja die Nutte für alles. So, jetzt geht's hier langsam los. Was ist denn los hier, Karsten? Endlich mal, endlich mal ein Game, wo ich nicht irgendwie am Funk 0-3 gehe. Weil alle mit wegcampen und, weiß ich's nicht. Finally. Du bist so ein Hurensohn, Alter. Was wird einfach 30 Gold geklaut, Mann? So unnötig. Das war der kleine, was für 30, kannst du keine Mathe? Ja, der gibt 30, du Esel. Nein, der gibt keine 30, der kleine. Du hast einen kleinen, wir auch nicht. Nein, deine Mutter auch. Mann, du bist denn jetzt wieder unser Jungler. Nein, ich helfe dir einfach nicht. Jetzt bin ich tot. Wir sind auf dem Weg. Mann, viel zu viel CC haben wir da kommen. Oder auch, wir sind nicht auf dem Weg. Ihr einfach noch bleibt, Alter. Ja, pusht aus. Seju hat auch keine Ult mehr, oder? Können Tower nehmen. Weiß nicht, ob Seju noch Urte hat. Ich hab Ult ihn, ne? Ne, Renekon, komm, lass weg, lass weg. Ne. Ich halte halt nix aus, der fickt mich sonst einfach hart. Was kaufe ich noch auf ihr? Ludens, oder? Heisen? Hm, würde ich... Keine Ahnung. Ich würde immer Wugles eigentlich für Second Item gehen, so. Immer Wugles, okay. Ich finde Lunes komplett shit jetzt. Wieso? Ist doch eigentlich noch gut zum Wave-Clan. Wenn Burst-Damage geht, ne? Na, der Burst-Damage ist immer noch gut. Hast du natürlich andere Sachen... Also gegen Champions halt mehr. Für Minutes ist es gut, ja. Sonst aber nicht so. Aber wie nett ich bin zehn, ne? Ja, boah, krass, Digga. Jetzt hast du wieder Wut gemacht, Oli. Hä? What the fuck? Komm mal, top. Ich glaub, da ist eine RIP. Er ist nicht wieder fiend. Wie konnte der da drin sein? Ich hab da nen Q reingeschossen. Der hat doch Hacks, oder? Wirklich, ey. Elisandra kommt hoch, ne? Passt auf, Boys. And Girls. Ich komm, ich komm, ich komm. Haben wir nach Sikerem. Oh, und dann. Alles gedocht. Komm, Alter, da sind wir drin. Zehn. Zehn, du bist der Mann fürs Leben. Komm, renn da. Nice, Alter. Da sind wir drin hier. Oh, die kriegen wir auch noch, Team. Bin easy. Komm, tower die. Ja, locker. Pam, pam, pam. Nice, Mantra. Das ist grad lag. Ich stehe einfach gegen Minions. Oh, der stirbt. Nice. Lucky. Lucky. Lucky nochmal, schön Disrespect. Ich sterbe. Ey, das Mantra war an, Lucky. Da hat es lags. Ich hab die einfach schön gestunnt, da. Der mit meiner Ulti war richtig close. Dein Stun war gut. Hat sie schon auch nie überhaupt die Ulti benutzt? Weißt du, wie sie es boostet? Äh, ich glaub nicht, weil die direkt gestunnt war. Danach ist sie wieder abgehauen. War richtig Wip. Die hat den Boost genommen. Nach Entenhausen. Papa. Köh? Müssen sie jetzt mal in Botland farmen? Cool, cool, cool. Äh, war ich nicht. Da war der Gegner. Achso, alles klar. Im Jungle ist auch der Gegner, oder? Ne, ne, ne. Muss wir schon lassen. Nein. Dachte ich mir. Meine Lane wieder oben. Richtig an meinem Tower. Das liebe ich ja. So muss das sein. Aber du bist so ne Missgeburt, ne? Ey, du bist so ein Spasti, Junge. Was ist los, Zehnten? Wollen wir Double Jungle? Hey, ich brauch das Gold. Ich auch. Das nimmt dich und Afka. Okay. Du bist so ne Missgeburt, Alter. Untermiss, Mann. Kann ich mir mein Item nicht holen? Das ist zu behindert. Ja, dann... Dann meine auch. Der hat mir aber zwei komplette Caps geklaut. Ey, du hast mir Botland Farmen genommen, what the fuck? Das ist schlecht. Ja, und dann hab ich zwei Lastated bekommen. Ja, hast du schlecht gelastated. Hm. Ist ja nichts dafür. Gute Konversation hier. Nein. Nein, du verpest dich, Renekton. Nein. Aus. Was ist denn unser Jungler wieder, wenn man den braucht? Ach, ich bin der Afka. Ja, wie immer. Das ganze Game schon. Die Frage ist, für was braucht der Jungler, wenn er eh so einen eigenen Farmen nicht bekommt? Gehe ich jetzt nicht. Okay, was wollen wir machen, Team? Ganks. Da fiel ich mir. Ah, das ist Black Nummer zwei, ich komm. Ja. Läuft auf jeden Fall gut. Macht richtig Spaß. So. Richtig geil. Oben. Ja, ist doch richtig bei Base, ne? Das hat auch jemand Base. Ich glaub Top fällt, wenn du nicht kommst. Ich komm nicht. Okay, dann fällt der. Okay, der fällt wirklich nicht. Ja, dann komm runter. Dann komm runter. Wir können das eh nicht, Steffen, what the fuck? Fällt der nächste Tower auch? Ne, ne? Nein. Ich hab genug Damage eigentlich schon, aber... Ja, du kannst auch Wolf-Clear mit deinem Wolf-Clear, ne? Dacht ich mir. Ähm. Oder eher nicht so? Da-Din! Zehnten ist da drin, meint der? Also vielleicht warten sollen, bis ich da bin. Man, sie überlebt wieder mit einer Fee. Ich glaub ich's nicht. Ich glaub's auch nicht. Das gibt's jetzt nicht. Heisen, du bist da drin, oder? Ja. Dacht ich mir. Wo sind die Nutenkinder? Die werden jetzt geprellt. Oh, Heisen! Ja, wieso komm ich denn hier nicht hinterher? Wieso sind alle immer schneller als ich? Weiß ich nicht. Haben die alle schon ihre Boots ausgebaut, oder? Das ist doch unfair, oder? Alle immer schneller als ich. War komisch. War komisch. Ich hab gar nicht gelastet dieses Game, Alter. Irgendwie nur 93. Oh, lol. Die Sandra hat einfach noch weniger als ich. Ja. Ich glaub's nicht so schnell am Laufen, weil er so kleine Füße hat. Ja. Ich bin unterwegs top. Ja. Ach man, scheiße. Ja. Mhm. Macht schon Spaß, oder? Macht richtig Spaß. Dacht ich mir. So, ne One-on-One-Lane zu haben permanent. Was macht ihr da? 10 von 10, oder? Ah, 10? Du bist ja Ripped, ne? Richtig gut. Ja, du spielst wahrscheinlich dann auch over aggressive die ganze Zeit, oder nicht? Ja, schon. Hier, warte? Oben, bei dem Gegner am Tower. Ja, das war ein Magina. Also, ich bin wieder am Fien. Ich mein, Justin spielt gut. Aber der ist halt... Du bist an der Kalista, ist halt immer so over extended, ne? Und das ist klar, dass der Jungner einfach kommt und sich halt wieder nimmt, so. Das war halt irgendwie so, immer wenn ich gegen so eine gute Kalista gespielt habe, die konnte immer vorne stehen, weil, keine Ahnung, da ist keiner backgegangen, alle haben immer gepressured. Also, so finde ich's viel besser. Ja, aber wenn ich kein Magina hab, dann kann ich schlecht sein, dann mach ich ja auch nix. Na gut. Machst ja so auch nix. Du bist ja noch mal reingegangen. Mhm. Jetzt zum sterben. Naja, den hab ich mir noch gesnackt. Ich hab ja vorher das hier noch in der Mitte genommen. Hab ich ja Magina wiederbekommen. Wollt ihr mal ein bisschen chillen, die kommen gleich wieder top, dann seid ihr wieder tot. Ehrlich, Santa darf aber nicht kommen. Keine Ahnung, wenn ihr da oben... Ich kann da auch nicht move, wenn Heisenberg schon tot ist. Kein Problem, Senka. Wir schnitzeln den einfach. Jetzt nehmen wir noch schöne Drape. Guck mal, das könnte man die ganze Zeit machen. Ja, ich war ja bei hier. Ja, der andere ist hier irgendwo. Ich komm hoch, ich komm hoch. Komm, ich komm hoch. Komm wieder rein, komm wieder rein. Wir müssen da rein. Wir müssen da rein. Vielleicht wieder. Loi. Jetzt hat mich der Kuhle da getroffen, ey. Das weiß ich jetzt auch nicht. Wollen wir es weitermachen? Alles klar. Keine Ahnung. Komm, lass es weitermachen nicht. Ich hab Schiele für euch. Doch, ich hab Schiele bekommen. Ich hab wirklich schaffen. Nee, verarsch, komm weg. Hoch in so einer Zeit. Ich wusste es halt, ne? Du wusstest gar nichts, okay? Natürlich, Alter. Alter. Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Chilt? Ja? Reisen wir ein bisschen gehalten, bis es in die Unendlichkeit. Was für ein Opfer, Alter. Das Shield gesehen hat war 10 out of 10. Sehr toll. Der muss doch mal das Master. Oh, Familie Brennpunkt. Oh mein Gott, der Q. Wo ist denn unser Jungler? Der macht gerade seine Aufgabe, der junglet. Ich bin immer hier 2 gegen 3, Alter. Ja. Oh, Heisen, den da ist du. Ich weiß. Aber ich meine, der muss ja nicht so krass over-extend. Ja, müssen wir das. Können wir noch Altar nehmen von denen? Ich glaube, der kommt für den Ecken. Ja. Kommst du? Oder dann halt eher nicht, ne? Also, ich bin schon da, aber ich glaube 3 gegen 2 wird hart. Ah, wir schätzen das. Da schaust du. Ich habe großes Vertrauen in dir. Wir sehen des Egos, was? Oh, ich glaube, die wollen mit den Bot-Armen nach, Koi. Wo Siege ist hier? Oh, nice. Pass auf, top. Die, die wollten schon wieder von top kommen, ey. So, jetzt habe ich Harry Kane. Ja, wir kommen. Meine Freunde. Hallo. So, Justin. Lassen wir Spider gehen. Ich will das Spider machen, Team. Oh, naja. Oh, aber ohne Peter bitte, Alter. Der baitet eh wieder zu uns. Dann einfach hier hin, lieber. Peter ist die Spider. Und dann fighten wir einfach. Ja, mit 2S. So. Pass rein da. Kannst du mich ulten? Ey, pass auf, pass auf. Wartet auf mich, Team. Ich bin der Carry. Alles klar, was macht die? Ist die boosted? Hab die so wie 10. 10. Oh, lieber ein Damage, Alter. Oh, die fuck. Willst du Spider machen? Die haben keinen Jungler mehr. Können sie eigentlich nicht holen. Können sie auch Tower da, wenn du meinen Schild gibst. Nee. Aber auf Heisen, das steht hier. Speed, Speed. Ja, ja, hast du. Oh, 10, du bist so gut. Hier nochmal für das Team. Oh, ich bin so krass. Loil. Habt ihr den? Oh, nee. Nee, haben wir nicht. Warst du da zu tief? Oh, ich war zu tief. Er hat die Gneid noch. Stehe ich jetzt auch nicht. Pff, oh, oh. Loil, was macht sie? Oh, nee, der Heisenberg. Oh, der dodged. Jetzt stirbt er vom Tower. Der stirbt nicht. Ah, man. Sick him, wenn ich da bin. Doch, jetzt stirbt er eh. Alter, wir müssen hier raus. Oh, der ist doch schlecht. Komm, wir müssen den Baten. Ich hab die. Der Flash noch. Ego stirbt, Alter. Ich kann auch noch. Go, 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 go. Nee, nee, lass mal. Ich nehm dich bei den Jungle. Das ist doch eh eh. Es ist ein bisschen RIP. Wir sind hier nicht mehr so, ne? Voll. Ja, wieso gehst du nicht durch die Aurora mit Kinn? Das ist doch cooler. Find ich. Brauchen wir dann nicht ewig, bis es voll ist. Ja. Also 30 Minuten, aber ist doch egal. Voll egal. Hatten wir ja schonmal mit irgendeinem... Rech... 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 Ich glaub mit... Jax oder so war das, ne? Stimmt. Du, also du warst irgendwann OP, aber... Da waren schon beide Inhalts von uns weg. Das war ein bisschen problematisch. War halt schon Unlucky. Vielleicht hab mein zweites Item endlich. Und gleich mein drittes schon. Ja, du hast auch Hex. Ja, deine sind auch billiger als meine. Das stimmt. Wollen wir es beide waschen? Ich geh mal bei Kick. Ja, weiter. Okay, bei Kick. Ja, dieser Hurricane kostet 2300 oder so. Naja, immer bei Kick einkaufen. Ja. Dann spart man auch. Ist so. Elsenberg weiß, wie ich spart, Habs. Ja. Ich bin ein Sparfox. Ich glaub ich bin RIP oder? Weiß mal, Justin. Ich glaub die kommen grad alle hoch hier. Ne. Also die Sandrace bot. Wir können das machen, Boys. Ja, ich komm. Ich bin auf dem Weg. Ich bin on the way. Schmeiß mich rein. Ja, schön reinschmeißen, du. Ja, hier hinten ist die Musik. Ja. Ich bin voll am Start hier. Nein, der Winick, ne. Der kommt halt immer weg. Ich versteh das nicht. Klar, aber nicht. Der kommt weg. Okay, der kommt weg. Guck mal, er war ja schon wieder am Start, Alter. Wer ist? Der Flitzi. Ja, natürlich. Nein, what the fuck? Du hast ja durch die Kugel gedrückt. Ja, jetzt können wir Spider machen. Ja, jetzt Clash-Pushboard. Also ich kann sie nicht alleine machen. Justin muss kommen. Oh, Justin muss kommen. Justin ist alleine? Ich hab keinen Attack-Speed. Kaum Lifesteal. Du bist unlucky. Wolle. Warte, Papa kommt schon hier. Karma, Alter, so gut. Alles klar. Alles klar. Genau wie wir wo kommen. Oh, ich frage mal Black Tiva. Ey, hier. Alter, wir wollen uns heißen. Ja, ich sehe, wir kommen wieder, ja, ja. Hoffentlich gehen die auf dich. Jawoll. Ich bin raus, ne. Later. Direkt erstmal 1-1. Der heißen mit den Scripts. Ja. Der ist ja da richtig krass am bliebenturl. Ich kriege einen Blockerluster, Mann. Holy shit. Wir win-traden gleich, pass auf. Alles klar. Ja. Was macht den Halden weg da? 3-9. 4-10. Was ist denn da los? Ja, gute Games, ne? Ja, richtig geile Games, Digga. Wir sind Black immer im Feed, ne, Alter? Hättest du mal gucken und sehen müssen die Games da. Wir hatten so richtig gute Protect-Combo. Ja. Ja, Mann. Das ist hier schon. Äh, Lux ist schon richtig krass. Ja, ich hab auch gecarrient. Oh, Mann. Ich weiß, dass man nicht carryen kann. Kann man ja nicht anders von dir. Das war schon super.